Er muss ja holen, da muss er ran. Hat er die Nate gehört oder was? Aua! Was für'n Play! Wilder Dark Knight! Und noch Zucker einpacken! Süßes oder saures. Hat nur ein Arm verloren im Grunde. Instant-T. Stapler-Spawn. Und kriegt die Shots ab! Hat Heavy-Bleading direkt von der Gegner? Der Gegner checkt überhaupt nichts. Was war das denn? Gut oben drauf. Während der Inflaganati wurde angeschossen. Gegen Ragleton ist das. Sound bei Instant T. Und da geht Ragleton down. Wir sehen es nochmal aus der anderen Perspektive. Jetzt mit Sound. Sehr schön gemacht. Auch keinen richtigen Brusttreffer hier bei Instant T kassiert. Beide Arme weg. Killer noch auf der Hälfte. Und Brust grün. Sieht da schon direkt ein. Kriegt ein bisschen Gegenwehr. Wartet die Nate ab. Gut feierend. Das mit der Nate. Oh irgendwas geht da schon down. Wir werden auf jeden Fall hier ein paar Punkte geklaut. Ja. Gegen die Taschenlampe. Oh der Helm hat getankt. Der Helm hat getankt. Ja der Gegner scheint Bock zu haben. Mammelt ein bisschen. Fake Nate. Wechseln zu. Splinti gegen Nathas. Das könnte passen. Das ist Splinti gegen Nathas. Das könnte passen ja. Das ist Splinti gegen Nathas. Safe. Splinti gut was eingesteckt. Jetzt mit dem Green Stim. Und da ist die Battle an sich. Ja ja. Nice Regi. Da sehen wir noch wie Nathas down geht. Und Splinti holt Nathas. Ja. Schau mal an. Platz 4. 198 Nathas. Und da sehen wir es. Ja. Also super close beieinander. Nices Duell. Alles sehr gedämpft. Aber der Scaff hat auf irgendwas Fokus. Das hat zumindest so aus. Da hat er ein Spieler. Ja. Das war ein Spieler. Nice. Will direkt runter in den Untergrund. Um dann da wahrscheinlich von hinten in den Gabelstaplerraum zu kommen. Oh. Nein, 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 nein. Das war glaube ich ein Spieler. Ja, das war ein Spieler. Trinkt hier nicht. Geht nochmal. Cirkelt einmal rum. Und einfach super schnell. Bevor der Spieler fällt ist er schon wieder weg. Oh. Einfach direkt. Wichtige Dinge. Brett-Eis incoming. Brett-Eis. Ein Pre-Nate geht schon mal raus. Schaut, ob der Laser an ist. Hat er Nathas. Ja. Boah, was für eine Reaktion. Auf geht's. Hammerkrass. Wichtig, wichtig. Und genau wie wir in den Clips vorher schon gesehen haben von den letzten Wochen. Einfach dieses, er wird beschossen und dreht komplett einfach den Fight. Einfach 180 Grad gedreht. Und da ist wieder ein Tag auf Account auf Ebay-Kleinanzeigen. Gar kein Problem. In-Statty über 300 Punkte. 300. Ah, Impfsprung. Ist aber ein Shotgun. Schwierig. Hört direkt an jetzt. Shotgun. Da ist er safe dagegen. Wenn die natürlich ihm nicht in die Füße schießt, dann wird das da kein Problem. Er nimmt sich die Zeit und macht den Fuß, den Arm wieder dran. Great, gerade erst gestartet. Einen hat er. Ja, er kommt eh nicht schnell genug rüber, um den Fighter zu intervenieren. Nathos hat ihn nicht. Aber gut reagiert. Er hat aber nur ein 40er Magazin, darf er nicht vergessen. Ja, gerade mit der MP7 ist superschnell, ja. Er geht nachladen ihm hinterher. What the fuck? Kriegt er nicht, kriegt er nicht. Kriegt er schon, kriegt er schon. Ich darf jetzt nicht den Fokus verlieren. Der Gegner läuft einfach nur weg. Und das kostet Zeit. Hat ihn gesehen. Gegner ist nicht unten und ins Gesicht unter der Dusche. Was für ein Katz-und-Maus-Spiel. Nathos ist Instantty. Nathos im Exit. Instantty auf der ganz anderen Seite der Map. Gegen Tagila und noch mit Player. Ja, und Nathos geht zurück, er geht nicht raus. Er hört wahrscheinlich die Shots und hat sich das anders überlegt. Instantty oben links, ein Down. Ist ein bisschen angeschossen, hat auf jeden Fall ordentlich was auf die Brust bekommen. Nathos will Turnpartyn. Turnparty da. Wow, war auch super gut im Gesicht. Ganz wichtige Runde von Nathos. Aber ich denke, er wird APSX spielen. Oder da sehen wir es oben links nochmal. Ah, Nathos kriegt auch gut Shots entgegen. Also, so durch den Halt hindurch. Nathos hat hier auch gut reagiert, aber das ist dann halt einfach, äh... Instantty übrigens immer noch auf seinem Fünf-Punkte-Pro-Minute-Kurs. Also, da ist er einfach noch was dran. Okay. Und springt dagegen zwei. Ah, fuck auf, Mann. Schade, das hätte nicht sein müssen. Er ist halt auch ein bisschen unlucky. Bitter. Ein Ragleton auf Platz vier aktuell. Super eng, Alter. 236 Punkte, Alter. Sie bleiben auf jeden Fall alle auch an Instantty dran, ne? Ja, ja. Ich glaube, das sah noch nicht. Ja, easy. Ganz easy Snack. Er hat lange überlebt. No Armor, West Armor, Alter. Noch ein. Ja, das ist doch ein Sketch. Da sind noch ein paar Sketch. Wir haben eine Hilfe, ist doch gerade auf Ragleton. Komplette Zombie-Army hier am Start. Da kommt der PMC hinter ihm, glaube ich. Hat ein Heavy-Bleeding. Bein ist gleich weg. Jetzt Ragleton hat jetzt Bock auf den PMC vom Stapler-Spawn. Ja, geht schnell, geht schnell, geht schnell, geht schnell. Ich habe das Gefühl, das hat keine Ahnung. Ja, genau, hat er auch nicht. Blauhelm. Easy geholt. Ah, da liegt leider schon alle down. Hätte er sich noch holen können, aber... Ja, er hat easy points gewissen. Wechsel nochmal Ragleton. Hat hier noch ein Minus? Das ist die Runde, die wir vorhin gesehen haben. Da geht die Nate hoch. Ist das bei Instantty? Ich glaube, da geht die jetzt, glaube ich... Down. Ja, aber sehr synchron. Let's go! Oh shit! Und gegen den Skepp, die sind dann doch down! Dürft, geh mal rein! Ich glaube, ich gleich die 400 Punkte. Wer war das? Ragleton, Glasgang. Denk dich raus, die alle. Dann ist sofort raus. Wenn immer beide entgegenkommen, hört doch an wegrennen, glaube ich. Ja, hört doch Steps. Easy. Und Minus. Das ist... Noch einen, noch einen, noch einen. Das ist Killer. Das war Killer. Easy. Bist du jetzt schon rüber zu Splinty? Kein Ulti mehr auf, übrigens. Geschenkt. Wally, wally. Das ist doch Dings gewesen. Das könnte Ragleton sein, ne? Das war die gleiche Lobby. Das war die gleiche Lobby. Er holt Ragleton und... Die wird auch noch gesnackt. Von Nate hat's geholt. Wie viele waren denn da? Ich habe gerade noch mal gelesen, Ragleton gegen Nico irgendwo im Chat. Das ist... Und Ragleton. Instantty gegen Ragleton. Platz 1 gegen Platz 2. Ragleton ist sehr gut aufgeholt auch. Und da geht's los, glaube ich. Instantty kriegt den, ähm... Den anderen Spanien durch. Ragleton gerade gegen Scav. Oh ja, da weg springt einer. Hat er das überlebt? Lebt. Hat er da Instantty geholt? Der weg springt. Die Wand durch. Holy shit. Und Ragleton noch mit dem Double Kill. Ja. Da kommt Tagila. Oh Splinty gegen Tagila. Hören wir auch gerade bei Instantty den Sound. Und ich meine, wir haben noch einen Killer gehört. War das Killer gerade? Weiß es nicht. Da kann ich, wo ich hingucken soll. Hä? Ja, der ist nach oben gelaufen. Instantty. Da sind sie. Oh Splinty geht down. Instantty weiter. Er kriegt noch den Heady. Weiter. Den er tankt. Holy shit. Ah, da kommt der. KS 23. Ich will ihn flashen. Er hat sich genaded, Digga. Was? Gumm drauf. What? Ja, Instantty einfach besser. Einfach besser. Ich klicke gerade gar nicht mehr durch, was hier gerade passiert. Ja, kann ich verstehen. Geht mir genauso. Dude twisted called Ragleton. Boah, sehr viele Soundsteps. Und Ragleton geht down. Down. Ich... Was? Dude twisted mit dem Double Kill? Aber wer war wo was? Ich check auch. Ich verstehe es nicht. Na dann, der ist da wo... Da ist er! Hä? Da haben sie getradet. Da kann er sich gut einmischen. Da ist noch was tot. Ist der ja da. Welche Taschen ist die Frage? Wie bei ihm? Hat er. Taschenlampe. Hat er. Oh, das ist der Double Kill. Und direkt Mumble. Mumble Main. Triple Kill im Grunde. Boah, Draghin. Nice. Kümmern sich erstmal nicht um den linken Spawn. Und kriegt jetzt genau von diesem Spawn. Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Keine Ahnung. Muss er haben. 180 Grad gedreht. Ins Gesicht geschossen. Muss er haben. Das würde nicht so einfach weitergehen. Incentive auch. Staplerhalle. Gegen der Hacker. Zieht sich zurück. Oh. 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 Oh, noch ein Spistoleo, oder was? Oh, der geht hoch. Ja, ist wahrscheinlich ein Skybrush-Trinner-Spieler. Da stand da. Ist Full Flash. Ne, das blind. Moved einfach irgendwie. Sieht wieder was. Kriegt euch das ab. Oh, der hat ihn. Der hat ihn einfach. Hammer krass. Kino-Filme auf meinem kleinen Handy anzuschauen. Dafür sind die gemacht worden. Reggleton vor dem Glasgang gegen zwei. Einer schon bei Allies passiert. Reggleton, 400 Punkte. Und es wird immer closer, es wird immer closer. 2, 3 ist krank aneinander. Jetzt hört die Shots von Reggleton. Und ich glaube, da geht Reggleton down von Nate, das gesnackt. Wunderschön gehört von Nate. Perfektes Timing. Ja, jetzt close. Baited ein bisschen. Hat aber keine Ausgaben. Darf man auch nicht vergessen. Das war zwei! Was? Wie hat der... Was? Er kann es selber überhaupt nicht fassen. Ich hab nie es gemacht. Können das zwei sein von rechts, links? Ja, es scheint so. Er ist glaube ich im Sandwich ein bisschen. Den hat er schon mal. Die eine Weisbruchscheibe ist weg. Ich muss jetzt nachladen. Er hört, ich steff es aber sehr close mittlerweile. Rum. Rum. Ja, da machst du ihm halt nichts vor. War das Reggleton? So strong müsste einer der Teilnehmer gewesen sein. Das könnte Reggleton gewesen sein. Was für ein Insaner-Move von InCity. Geht raus. Hip-Fire. Ciao. Er hat auch nur Skefs. Er hatte sich selber gefragt, ob es überhaupt PMCs gibt in dem Raid. Ja, da ist einer. Kommt die Näh. Zwei. Zwei. Und hat beide. Da ist er dann in den PMCs. 120 Minuten ist wieder genau auf seinem Fünf-Punkte-Schnitt. Ah, genau. Willst du erst den, bevor er den anderen holt? Hinten gar nicht. Ignoriert er erstmal komplett. Kriegt von allen Seiten hier die Shots abgeführt. Die ganze Zeit gegen den Schädel. Und spielt der Promunition. Er kriegt's trotzdem. Er sieht quasi nix. Hat einen Tinnitus. Und haut die Leute einfach nur weg. Er hat sogar zwei Tinnitus, glaube ich. Noch eine Flash. Baitet ihn. Tut so, als wäre er Full Flash. Und holt ihn. Eingefallen, Bro. Absolut outplayed! Bis zum nächsten Mal.